Wirklich ganz leicht. Oft ist es ein Wort, das Lohn in Stimmung bringt. Oft ein kleines Lied, das irgendjemand singt. Eine Sünde da, oi. Mir scheint, das war das kritische Glas. Äh, äh, Fräulein, äh... Hanni, Hanni. Fräulein Hanni. Ach bitte, seien Sie doch so gut und machen Sie mal da drüben am Radioapparat die kleine Tür aus, ja? Ja, gerne. Dieter? Ja, bitte. So, und jetzt nehmen Sie die Platte Nummero drei heraus, ja? Ja. Nummer drei. Es ist doch Nummer drei. Ja, stimmt. Und jetzt bitte auflegen, ja? Ja. Was Sie für praktische Sachen haben! Und jetzt müssen wir mal miteinander tanzen, ja? Auf der Reduz sind wir ja gar nicht dazugekommen. Ja, das müssen wir unbedingt nachholen. Nein, und was ich heute schon alles erlebt habe, das heißt, erlebt habe ich ja gar nichts. Sie sind bloß von einer Angst in die andere gekommen. Aber es war trotzdem sehr schön. Und bei dem Schwitz habe ich ja... Und du lachst und du lachst und hast plötzlich dein Herz entdeckt. Und du lachst und hast plötzlich dein Herz entdeckt. Und du lachst und hast plötzlich dein Herz entdeckt. Und du lachst und hast plötzlich dein Herz entdeckt. Schwingen Sie sich.